Die einzige Möglichkeit, dass Leute wirklich zu reden aufhören, ist, dass man sie zum Singen einteilt. Deswegen spielen wir jetzt einen Song mit euch gemeinsam. Wir singen ja nicht nur zum Spaß, sondern weil es da ein ganz großartiges Projekt gibt, das Menschen in einem Ort der Welt unterstützt, wo vielleicht nicht so viel geht wie bei uns. Ich finde das eigentlich schon sehr unterstützenswert und ich finde es fantastisch, dass die Leute das organisieren. Das verdient auch immer einen kleinen Applaus oder einen großen sogar, würde ich sagen. Ja und in Wirklichkeit ist es so einfach, wenn jeder aufsteht und ein bisschen was dazu beitragt war, dann könnte morgen in das Früh die Welt schon ganz anders ausschauen. Und der Song dazu heißt People Get Up und zu diesem Song, den wir alle gemeinsam singen, geht der Franz mit dem Hut rein und er freut sich über alles, was knistert. Und die Kinder in Niger freuen sich auch über alles, was knistert. Das kann man nämlich besser verbränen als die Münzen, da wird es schön warm. Okay, der Song heißt People Get Up und er ist ganz einfach und ich möchte sie da alle mitsingen, sondern die Welt in der nächsten Nacht verändert. People Get Up. Werden so. Werden so. Werden so. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.